Hallo bei Conny Canarias. Die Reise beginnt. Wir sind hier im Airbus A380 bis A380 in dem Long Range mit ca. 88 Sitzreihen. Und wir haben das Glück, wir haben zwei komplette Reihen für uns alleine. Und los geht's. Und schon geht's nach oben. Der Riesenflieger von Emirates. Und das ist nicht laut hier in dem Flugzeug. So, dieser Flug geht wohl etwas kürzer, ca. 6 Stunden. Tja, nur fliegen ist schöner. Der Harry, der plappert wieder dazwischen. Die Kamera-Assistentin ist ja auch. Ja, und hier unten ist grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Und ich kann euch nur sagen, ist das eine Ruhe hier? Ihr hört es gleich. Nur ein Rauschen. Obwohl der jetzt schon kippt und nachher ist es noch ruhig. So, die schalten wir jetzt jetzt in die Pause. Ja, ich auch. Die Pause kommt und wir hören uns dann später wieder. Macht's gut, bis bald.